Nummer 4 Giorgio Rucca So, der Mann sich hoch Der letzte, der gestartet Giorgio Rucca aus Italien ist auf der Strecke Oh, das ist eine starke Fahrt von Giorgio Rucca Schön ruhig in seiner Art 27,52 Und die 7.50 In der Italien der Zeit Und Klosnau Nummer 5 von Italien Giorgio Rucca Einfahrt vertikaler Bei 38 Sekunden ist er die vertikaler in Gefahr Einen kleinen Rückstand hat er gegenüber dem Führer Im unteren Teil In seiner ruhigen Art Wie er aus Lalom fährt Giorgio Rucca 49,50 50,96 50,96 Der Plesser Fall